Herzlich Willkommen bei einem neuen Podcast von den Währinger Grünen. Hier ist Marcel Kneuer und Raffaella Feit. Wir haben jetzt länger nichts von uns hören lassen. Wir haben festgestellt, es waren schon drei Monate. Was aber auch heißt, dass diese Folge ein bisschen länger wird, weil sich so viel getan hat und wir einiges zu erzählen haben in dieser Folge. Genau, es sind einige Themen zusammengekommen. Ich war, um noch kurz auszuschweifen, schon am Anfang total beeindruckt, weil ich habe gesehen, den Podcast gibt es jetzt schon seit über vier Jahren. Also, es wird uns nicht langweilig. Wir haben immer wieder zu berichten. Magst du den Überblick geben oder soll ich sagen, um was geht man sagen? Ja, fang mal an. Ich wollte nur sagen, es freut mich auch, dass wir immer wieder positive Reaktionen auf den Podcast kriegen. Leute, die uns hören, ja, weiterempfehlen. Also, alle Hörerinnen, sage ich immer, weiterempfehlen, den Podcast, damit wir neue Hörerinnen bekommen. Nur so werden wir sozusagen unsere Breite auch steigern. Und jetzt darfst du. Genau, und danke fürs Zuhören an alle, die jetzt auch wieder dabei sind. Also, wir beginnen mit dem Aumannplatz, ein ganz spannendes Thema im Bezirk. Dann kommt eine Outdoor-Fitnessanlage. Da wird Marcel was dazu erzählen. Wir haben einen Bücherschrank am Gersthoferplatz bekommen. Das Thema Radfahren in Währing ist immer top aktuell. Dann wird meine Bezirksratskollegin Magdalena Wagner über die City Nature Challenge sprechen, die auf uns zukommt. Es gibt neue Bäume im Bezirk, ein Klimapreis kommt. Es finden Umbauarbeiten in der Jörger Straße und in der Bötznerdorfer Straße statt. Und dann haben wir noch ganz viele Veranstaltungen, die wir euch gerne ans Herz legen. Ja, und los geht's mit dem Aumannplatz. Der ist im Bezirk eigentlich seit der letzten Wahl schon seit einem Jahr ein Thema. Und wir sind da nicht jetzt aufgesprungen, auch wenn das vielleicht für manche so ausschaut. Und dazwischen eine andere Partei geglaubt hat, sie muss mal kurz versuchen, das Thema zu kapern. Aber nein, wir sind da im Bezirk jetzt schon lange dran. Und was da jetzt passiert ist und was da jetzt genau noch kommen wird, das weiß alles die Raffi. Bitte. Danke sehr. Ja, es war nämlich total spannend in der letzten Bezirksentwicklungskommission. Ein Jahr lang hat die Gebietsbetreuung Geografen, Architekten, Landschaftsarchitektinnen, Sozialarbeiterinnen daran gearbeitet, an Recherche und Analyse zum Aumannplatz. Sie haben uns die Sozialraumanalyse vorgestellt, die wir vom Bezirk aus, alle Parteien, wenn sich da einig, in Auftrag gegeben haben. Sie haben da wirklich sehr perplex gearbeitet, komplex gearbeitet und zwar über den Entwicklungsplan öffentlichen Raum haben sie sich informiert, sogenannten Desk Research betrieben, wegen den ganzen historischen Komponenten eine Vor-Orterhebung gemacht, Sozialdaten und Freiraum analysiert, Gespräche mit Stakeholdern gemacht, Interviews geführt und sind so zu einem sehr umfassenden Paper gekommen, das sie uns eben vorgestellt haben. Was schon mal total interessant ist, ist, wenn man sich die geschichtliche Genese von dem Platz anschaut, weil bis 1800 war das quasi so ein unverbauter Dorfanger mit Flussbett, hat sich dann weiterentwickelt im 19. Jahrhundert zu mehr so einem dörflichen Charakter mit länglichen Baukörpern und Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Fluss dann eingehaust und die ganzen bürgerlichen Häuser rundherum sind entstanden, die auch jetzt den Platz wirklich durch Schönheit auch auszeichnen. Das ist ganz was Besonderes, dass rund um den Aumannplatz einfach die ganzen Gründerzeithäuser erhalten sind und auch die Gassenlokale, also das Erdgeschoss von diesen Häusern gut genutzt ist. Also es ist kein Leerstand, das ist auch eine Ausnahme eigentlich, wenn man sich andere Gebiete in Wien ansieht. Das heißt, wir haben hier einen wunderschönen Platz, der aber noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial birgt, wo man echt über die Grenzen hinausdenken kann, weil er in sich eigentlich sehr geschlossen ist. Wie ein Platz genutzt wird, ist auch immer interessant, wenn man sich das Umfeld anschaut. Also wir haben den Sternwarte-Park dort, den Schubert-Park, den Marie-Ebner-Eschenbach-Park und das sind Freiräume mit unterschiedlichen Funktionen, wo es zum Beispiel eine Hundezone gibt, wo es Spielplätze gibt, wo es ein bisschen mehr verwachsenes Grün gibt. Das heißt, man kann sich echt überlegen, okay, wie wird der Platz jetzt genutzt und wie kann er auch in Zukunft genutzt werden oder besser genutzt werden? Wie kann man das gestalterisch irgendwie auch fördern? Es sind ein paar so Schlagworte gefallen über den Ist-Zustand. Also man fühlt sich irgendwie schon, dass da Barrieren sind, dass keine guten Querungen von einer Seite auf die anderen sind, weil es ist auch irgendwie wie so ein Kreisverkehr rundherum, eben die Straßen, sehr viel Autoverkehr, auch die Straßenbahnen, ein Umstiegspunkt. Also kann ich bestätigen, ich bin ja dort in die Schule gegangen, in die Klostergasse und immer aus der Straßenbahn raus und da ist schon die Erfahrung, du hast also nicht wirklich irgendwas abzweigen können, sondern du hast immer brav die Wege gehen können, weil halt überall Zäune und Hecken sind. Ja, also es ist sehr, sehr statisch und eben der Verkehr rundherum und man hat immer schauen müssen und es war immer schon ein Problem mit dem Autoverkehr dort. Also das ist leider so, ja. Ja, genau, also es ist eben eher auch ein Durchgangsraum dann von A nach B und ein Halten und Warten, eben wenn man dann auf die Straßenbahn zum Beispiel wartet. Was sehr nett ist, es ist schon auch der ruhige Charakter des Platzes beschrieben worden, dass es wie so ein Durchatmen ist, wenn man dort reinkommt, eben er ist schon in sich auch sehr geschlossen und da stehen halt auch viele Sonnenbankerl und so, wo man sich dann ausruhen kann oder verweilen kann. Genauso sind aber halt Problemfelder aufgekommen, dass man halt schon in der Beobachtung einfach sieht, dass sehr viele, also dass der Park einfach auch als Hundeauslaufplatz benutzt wird, wo dann sehr viel Verunreinigung ist oder halt Tauben gefüttert werden und so, bis hin zu dem, dass es halt dann auch unhygienisch wird. Also er lädt da irgendwie nicht zum Verweilen ein. Also ich habe das letztens besprochen, wie man erzählt hat, dass der Platz so fad ist und ich habe gesagt, ja, wir sind eigentlich, wenn wir Wurstseimeln kaufen waren von der Schule, sind wir immer runtergegangen in die Wernerstraße einkaufen, aber wir sind nie am Aumannplatz gesessen. Also wir sind immer wieder am Reha-Ebner-Eschenbach raufgegangen und dann dort gesessen vor der Schule oder sowas, aber der Aumannplatz war halt nicht der Platz gewesen, wo man gesagt hat, okay, man setzt sich hin und ist dort ein Wurstseimel oder so. Und ich glaube, das ist bis heute so. Also das ist auch, man trifft auch de facto keine Jugendlichen dort oder so. Das stimmt, die suchen eindeutig andere Wege. Also es war auch die Jugendarbeit schon eingebunden unter den Stakeholdern zum Beispiel oder auch ein Grätzlpolizist und so. Die haben halt auch ihre Beobachtungen und ihre Meinung und ihre Analysen als Stakeholder den Platz betreffend abgegeben und das war dann auch klar, er wird nicht wirklich genutzt. Was auch interessant war, ist, dass keine demografischen oder sozialen Ausreißer in der Analyse sozusagen waren. Also es ist jetzt nicht das besonders viel, ja, man kann es eigentlich nicht anders sagen als Ausreißer. Also es ist schon relativ normal einfach von dem, wie die Leute sich dort wohnen, eben auch in den Häusern rundherum, von den Haushalten her. Was mich sehr überrascht hat, war das, dass eine wirklich große Artenvielfalt dort eigentlich ist und ein alter Baumbestand ist, weil das ist mir so gar nicht so aufgefallen, weil das irgendwie auch so an den Rand gedrängt wirkt. Aber wie uns das vorgestellt wurde, es sind sehr viele verschiedene Arten. Das, was ich persönlich eher so als abgezäunte Gestätten wahrgenommen habe, das ist ein Eibenhain. Da ist zum Beispiel rausgekommen, dass eine Schülerin erzählt hat, dass sie klettert dort total gerne und so. Also der Raum wird sich dann teilweise doch auch genommen. Und es könnte eigentlich doch auch so zu einer Drehscheibenfunktion zur Stadt hinein eigentlich sich entwickeln. Also das war dann so die Idee auch in der Diskussion, die sich dann ergeben hat, was für Potenziale dieser Platz birgt, dass man eigentlich nicht nur darüber spricht, na ja, man bräuchte halt dann zwei Mistkübel mehr, wegen Schmutz oder man könnte halt dann eben vielleicht diese kleinen Zäunchen weggeben, bei der Grünfläche irgendwie neue Rosen hinpflanzen oder so, sondern dass man wirklich den Platz, den Aumannplatz im Großen denken muss, die Verstrebungen in die anderen Straßen rein, eben eh wahrnehmen, was gibt es rundherum und wie könnte der noch genutzt werden. Ein Detail, das mich auch noch sehr fasziniert hat, das sind ein bisschen über 1000 Quadratmeter Gesamtfläche und davon sind 670 Quadratmeter Grünfläche und 520 Quadratmeter befestigte Wege. Das heißt, es sind einfach wirklich sehr viele betonierte Flächen, die aber in dem Ausmaß einfach auch nicht genutzt werden, dass man sagt, okay, das macht schon Sinn. Und um dieses Potenzial zu erheben, das ist jetzt dann der nächste Schritt, der kommt. Also jetzt wissen wir mal, was ist, sagen wir sozusagen die Analyse und jetzt müssen wir schauen, was machen wir damit und da dürfen die Leute jetzt probieren, oder? Habe ich gehört. Genau, es wird nämlich ein Chöer-Projekt geben, das ist eine geförderte Kunstinstallation. Chöer-Kunst im öffentlichen Raum. Genau, ja, und da wird der Platzen quasi neu verhandelt. Es ist ein Beteiligungsformat ab diesem Sommer, das beginnt im Mai, Juni herum und heißt Forum Aumann. Die Gebietsbetreuung unterstützt das, informiert auch, koordiniert ein bisschen rundherum und es wird mit der Kulturdrogerie gemeinsam durchgeführt. Und da… Also Kulturdrogerie, das sind die, die immer die komischen Installationen in der Gänzgasse stehen haben. Seid gespannt. Was da jetzt kommt. Manche Leute sagen komisch, ich sage cool, aber ja, passt. Genau, in dem Sinne, ihr könnt gespannt sein, was da jetzt kommt. Was wir schon wissen, weil das ist auch noch in der Entwicklung, aber was wir wissen, ist, dass das auf sehr vielfältige Art und Weise man sich einbringen kann, seine Ideen einbringen kann, gemeinsam ausprobieren kann und mitgestalten kann. Dass zum Beispiel Exkursionen stattfinden, auch von Schulen ausgehend, Workshops, Kinoabend, Minigolf, ein Platzkonzert, eine Tauschbörse. Und wenn Sie als Zuhörer, Zuhörerin jetzt auch noch Ideen haben, ich weiß, selbst die Ideen kann man einbringen, dass man sagt, hey, ich würde das einfach mal gerne ausprobieren, ich würde mich da gerne einbringen. Ideen sind willkommen. Und dann wird eben zu unterschiedlichen Themen gearbeitet werden. Zum Beispiel Natur in der Stadt oder Kunst am Platz oder Wege wohin, Zeit wofür, wie kann man den Platz nutzen. Und es wird so eine zentrale Frage pro Woche geben, zum Beispiel, warum muss diese Wiese hinter gittern? Dass man eben danach schauen kann, wie Raum nutzbar ist. Gut, das heißt, das ist jetzt ein halbes Jahr mal, glaube ich, bis Spätherbst ausprobieren angesagt. Und dann wird man sehen, was Ergebnisse sind dort. Genau, dann wird das wieder zusammengedacht und analysiert und dann mit den Ergebnissen, mit dem Beteiligungsprozess, wo eben jeder herzlich willkommen ist, sich einzubringen. Man kann auf jeden Fall dann über die Website eben auch seine Meinung dazuschreiben oder Inputs geben. Das weiß ich, dass das möglich ist. Das heißt, man muss jetzt nicht auch unbedingt dabei sein, was natürlich schön wäre, aber man kann das auch auf unterschiedliche Art und Weisen sich einbringen. Ja, wobei ich hoffe, jetzt in sechs Monaten wird man es schaffen, am Auberplatz vorbeizukommen, also sicherlich ein bisschen einzubringen. Also wer das nicht schafft, glaube ich, der lasst einfach den Auberplatz außen vor. Also das Ziel ist ja auch gerade, die Leute zu aktivieren, die dort einfach regelmäßig unterwegs sind. Das sind natürlich sehr viele Schülerinnen. Wir haben ja die Heizingergasse, wir haben die Klostergasse dort als Schulen. Wir haben auch Volksschulen in der Gegend noch, also die Privatschulen in der Richtung Lacknergasse hinüber. Also da sehr viele Schülerinnen, die man aktivieren kann und natürlich sonst Leute, die einfach diesen Platz queren, sei es beruflich oder sei es auch freizeitmäßig oder Eltern, die Schülerinnen abholen. Also es gibt alles Mögliche. Und dann sitzen ja auch Leute im Armand drüben gegenüber, die hoffentlich mal die Straßenseite wechseln werden, wenn es interessant wird dort. Also Ziel ist es auch, gerade diese Leute da einzubeziehen, die einfach hier Teil dieses Platzes sind im Laufe der Zeit und zu schauen, was kann man gemeinsam mit denen besser machen. Genau. Und dazu ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen, weil jetzt auch der Fokus quasi auf der jüngeren Generation war natürlich, dass Carolus Heim ist auch eingebunden, waren schon eingebunden, werden noch eingebunden. Auch bei den Aktivitäten am Aumannplatz werden sie was gestalten. Und was mich auch so fasziniert hat, ist, dass es wirklich auch in der Wahrnehmung von den Nutzerinnen, die eben in den Erdgeschosslokalen rund um den Aumannplatz tätig sind, eben auch so die Wahrnehmung gab. Da gibt es das eine ruhigere Eck sozusagen, wo eben dann auch die Apotheke ist und die Galerien sind. Und das beim Aumannplatz ist das dann schon, was zum Innerstädtischen sozusagen geht und was dann schon belebter wird. Also die Wahrnehmung ist sehr spannend und ich bin echt schon sehr interessiert, was sich da noch alles entwickeln wird. Und für alle, die sich gerade gesagt haben, Carolus Heim Wort. Das Carolus Heim ist, wenn man mit der Straßenbahnstadt auswärts fährt, beim Aumannplatz rechts, also gegenüber der Straßenbahnstation die Stadt einwärts ist und ist ein großes Pensionistenpflegeheim, das von der Kirche geführt wird. Und wo eben sehr viele auch Priester und so weiter dort sind, dann Ältere, die dann dort ihren Lebensabend verbringen. Genau. Und die halt auch den Aumannplatz als Nutzen für ihre Freizeit, zum Sitzen, zum Erholen etc. Ja, und das war's mal im Aumannplatz. Wir fordern euch auf, einfach dort, wenn ihr dort vorbeigeht, euch anzuschauen, was es gibt. Man kann das natürlich da noch aktiv machen. Sie sind, indem man sich anschaut, was kommen wird, sie sind noch in der Planung derzeit drinnen. Das heißt, es gibt noch kein fix- und fertiges Programm. Wir empfehlen aber, nachdem wir am Anfang schon gesagt haben, der Podcast hat immer so seine Zeiten und zwei, drei Monate, bis der nächste kommt, da ist das jetzt schon im Laufen, im Mai und im Juni, einfach auch auf der Homepage vom Bezirk mal vorbeizuschauen. Dort wird das Programm dann stehen, was es alles gibt. Und wenn man aus Bezirksmedien da ausführlich liest, also unser Wehring, die Homepage oder dann auch die Bezirkszeitung oder so, da sind natürlich dann alle Informationen drinnen, was sich da tun wird und wie man sich da einbringen kann. Gut, ein spannendes Projekt und das wird uns sicher noch die nächsten Jahre verfolgen. Mal schauen, wie das da weitergeht. Und ein Projekt wird konkret. Genau, das ist schon fertig, also fertig geplant. Ist ein bisschen ein kleines Projekt, macht es auch einfacher, hat aber auch was mit einem Park zu tun. Und zwar geht es um die Wehringer Outdoor-Fitness-Anlage. Da gab es ja vor einem Jahr ungefähr einen Antrag von Gründer und SPÖ gemeinsam, hier etwas zu machen im Bezirk. Und dann ist das mal in den Umweltausschuss gegangen. Da gibt es diese Agenda-Gruppe Tuwas. Im Übrigen, wer sich im Bezirk engagieren will, Agenda-Gruppen, sehr spannend, schaut auf Agenda-Werring.at vorbei. Und da sind jetzt einmal einerseits in anderen Bezirken besichtigt worden. Es gab, wie ich gehört habe, bei Exkursionen bis in die Seestadt. Ich war nicht dabei, aber sie haben sich sogar dort solche Fitnessanlagen angeschaut. Und dann ist also jetzt einmal diskutiert worden und geschaut worden, wo das sein kann. Und Wering ist eigentlich schon sehr verbaut, deswegen ist es gar nicht so einfach, was zu finden. Sie haben was gefunden. Einen Ort, nämlich im Weringer Park, in der Nähe von diesem Meeresspielplatz. Dort, wo auch die Tischtennisplätze sind. Und dort sollen jetzt neun Geräte hinkommen, die jetzt bis zum Sommer dort installiert werden. Ich kenne mich ja gar nicht aus, ich kann das nur vorlesen. Eine Brustpresse, einen Stepper, einen Bonnyreiter, eine Rumpfbank, einen Ruderdrehen und eine Beinpresse. Wir werden das alles ausprobieren, sobald es dort steht. Ja, du, ich weiß nicht, ob ich es ausprobieren habe. In der nächsten Exkursion steht nichts im Wege. Ja, also das wird dort alles kommen. Prinzipiell ist quasi alles jetzt bestellt, die Beschlüsse im Bezirk sind gefasst. Das einzige Problem, wie bei vielen jetzt in dieser Zeit, die Geräte sind nicht alle lieferbar und das wird jetzt ein bisschen dauern, aber wir hoffen, dass es mit Sommerbeginn, wenn es schön heiß ist, man dann dort gleich schön schwitzen kann. Bei den neuen Geräten. Also auch dort einfach durch die Mehringangssprache spazieren und schauen, ob sich da schon was getan hat. Mehr Spielplatzes, Plätze, wenn man dort vorbeigeht, dann sieht man es eh. Also ich würde mal sagen, ab Juni ist es realistisch, dass man was sehen kann, vielleicht. Und neben der körperlichen Ertüchtigung kann man natürlich auch was für den Geist tun. Ja. Nämlich, auch das wird unterstützt dadurch, dass es jetzt endlich den neuen Tücherschrank am Gasthoferplatz gibt. Wir sind total froh darüber, der ist eröffnet worden und er ist jetzt eigentlich schon ziemlich voll mit Büchern. Also er wird total gut angenommen und genutzt. Man kann seine eigenen Bücher, die nicht mehr so aktuell sind oder wenn man umsortiert oder Platz für neue Bücher schaffen will, einfach hineinstellen, hinbringen und andere Menschen können sich die wiederum nehmen und genießen. Ich bin mir nicht sicher, wer sich mehr darüber freut, die Leute, die endlich ihre Bücher loswerden oder die Leute, die etwas ausborgen. Sinnvoll loswerden. Ja, genau. Ich habe schon von einigen gehört, endlich ist der Bücherschrank da, ich habe schon so viele Bücher gesammelt, die kann ich jetzt reinstellen. Ja, aber das ist natürlich super, wenn die Leute Bücher nicht entsorgen, sondern sie weitergeben hier. Ja, und man kann die dort lesen und hoffentlich viele finden. Und was man auch drinnen in den Büchern findet, habe ich jetzt gehört, ist eine Karte, die darauf hinweist, dass wir noch immer Geld sammeln für diese Bücherschränke. Ja, wir haben schon gesammelt, wir haben auch beim letzten Podcast schon mal darauf hingewiesen und es ist auch schon einiges Geld zustande gekommen. Ich glaube, Hans Hansch, aber 4.000 Euro kann das sein. Vielen, vielen Dank dafür. Also das gibt eine eigene Homepage jetzt sogar, www.bücherschränke-währing.at werden wir in den Journals verlinken. Und wir brauchen noch mehr Geld. Denn es wird auch nicht der einzige Bücherschrank neu bleiben. Es sollen noch zwei weitere in Telefonzellen, die umgestaltet werden, reinkommen und auch dafür benötigen wir noch Geld. Also bitte, bitte, bitte noch einmal ein bisschen spenden. Jeder Euro zählt. Das wäre wirklich fein. Wie gesagt, sie werden total gut angenommen im Bezirk. Auch der am Vogelplatz, auch der am Kutschka-Markt, jetzt am Gasthoferplatz. Und das wäre wirklich super, wenn wir die noch weiter ausbauen können. Ja, und es schaut auch ein kleiner, unscheinbarer Kasten aus, der kann nichts kosten. Aber der hat 6.000 Euro gekostet, also am Gasthoferplatzl. Das ist leider was. Und wir sind dankbar dem Verein Kunstraum Wehring, der das vorfinanziert hat. Aber eben, das Ziel ist es, dass man das mittelfristig wieder reinkriegt, weil sonst wird der Verein noch nichts mehr machen für uns, wenn er da auf den Kosten sitzen bleibt. Das sind so Details, die würde man sich jetzt am Anfang glaube ich selber nicht vorstellen, dass es zum Beispiel bruchsicheres Glas ist oder dass, wenn die Tür von selber eben wieder zuschwingt, dass sie keinen Lärm verursacht und dass da Dämpfer eingebaut sind und so, weil ja eben auch Leute wohnen rundherum und das sind sehr viele Sachen, die da bedacht werden müssen und deshalb kommt man dann doch auf diesen Preis leider. Was du alles weißt, das habe ich alles nicht gewusst. Wirklich? Ja, schon. Gut, ja, interessant. Wird bei den anderen beiden Bücherschränken ein bisschen anders sein, weil das sind alte Telefonzellen, da müssen wir Gott sei Dank nicht so viel bauen, aber muss man glaube ich eben also gerade das zuschlagen und so, also muss man sich alles anschauen. Ja, und jetzt geht schon wieder in die Ertüchtigung, jetzt hat man die geistige Ertüchtigung, jetzt kommt schon wieder die körperliche Ertüchtigung. Ich bin wieder dran, mit dem Radfahren. Ja, also ich bin ganz begeistert schon vor ein paar Wochen gepostet, gleich auf Facebook stehen geblieben, ein Foto gemacht. Es gibt zwei neue Radfahren gegen die Einbahnwege und es gibt eine Kreuzung, wo man das nämlich sieht, wo sie zusammenkommen. Das ist nämlich die Kreuzung Antonigasse, Paulinegasse und früher musste man, also wenn man von der Antonigasse kommt, immer abbiegen und man konnte nicht und das hat mich mal mehr fuchsig gemacht, weil ich es mir nicht gemerkt habe. Wenn ich dann rauf wollte zur Gastroferstraße, konnte man nicht in die Polinergasse rechts abbiegen und man konnte nicht geradeaus fahren, sondern man musste wieder umdrehen und dann über die Sommerrugergasse fahren, wenn man es jetzt nicht gemerkt hat, dass man in der Sommerrugergasse schon abbiegt und das ist jetzt Schnee von gestern, wie man so schön sagt, im Winter auch vorbei, denn man kann einerseits die Antonigasse jetzt geradeaus weiterfahren, bis rauf zur Händelgasse und kann dann dort über die Kreuzung drüber fahren. Das ist das Einzige, wo man ein bisschen schauen muss, gab leider keine andere Möglichkeit dort oben und dann ist man aber gleich auf der Brücke, oben auf der Kreuzgrassenbrücke und auch dort gibt es jetzt Fahrradstreifen, links und rechts. Das heißt, ein ziemlich guter Fahrradweg Richtung Gastrof raus, Antonigasse durchfahren und dann der Händelgasse, Kreuzgrassenbrücke und weiter zur Turizigasse oder sich dann eben am Radweg, Gastroferstraße weiter bewegen. In die umgekehrte Richtung geht das natürlich auch, das ist schon länger gegangen, aber auch da ist der Radstreifen Kreuzgasse und man kann jetzt Händelgasse und fährt weiter hinunter zur Antonigasse. Und auf der anderen Seite könnte man jetzt auch, wenn man nicht die Antonigasse geradeaus fährt, rechts in die Paulinergasse hineinfahren, weil auch diese Einbahn ist jetzt offen, es gibt eine eigene Radfahrampel bei der Kreuzgasse und man kann dort entweder links in die Kreuzgasse hinaufbiegen oder man kann einfach geradeaus hinunterfahren nach Währing. Das heißt, man kann auch, wenn man von 17 kommt, Rosensteingasse hinauf und gleich wieder Paulinergasse hinunterfahren. Also das finde ich eine große Erleichterung, wie man schon an meiner Schilderung gehört hat, mit diesem Zurückfahren ums Eckfahren. Das ist also einfach mühsam, gerade für Leute, die sich dort nicht täglich bewegen und dann immer wieder vergessen, wo die Einbahnenden sind, ist es einfach super, wenn man da gerade fahren kann und keine Umwege braucht. Das ist der erste Teil, der jetzt gekommen ist. Und ein zweites kleines Stückerl, eine Baustelle ist vielleicht manchem schon aufgefallen, die, die mit dem 42er kommen und dann in die Währingerstraße einbiegen, vom Gürtel kommen. Da ist rechts bei der Haltestelle vom 42er sind da jetzt Baufahrzeuge unterwegs, da wird jetzt was gemacht. Und zwar, wenn man vom Radweg kommt, den Gürtel hinunter, diese hübschen Platanen sind jetzt glaube ich entlang von der U6-Station Michelbauer hinunterfahrt und dann kommt man hinunter zur Volksoper und dann muss man, damit man nach Währing kommt, so ein bisschen einen Schwenk fahren. Das heißt, geradeaus über die Schulkassen drüber und dann wieder zurück hinüber, also unter der Brücke durch bei der Straßenbahnstation und dann hinauf. Und das kann man in Zukunft abkürzen, indem man schon vorher, wird ungefähr, also bei dieser kleinen Kapelle da im 9., wo man ja der Nebenfarben ist, dort wird man quasi links unter der U6 durch und dann kann man entlang des 42ers hinunterfahren und dort dann schon über die Schulgasse drüber und dann über den Gürtel drüber und hinauf. Also man spart sich diese große Schleife und kann dort direkt nach Währing hineinbiegen. Also auch dort eine Erleichterung und in die umgekleidete Richtung geht es natürlich auch dort hinauf, aber das war jetzt nicht so das große Problem, aber in die andere Richtung, also von Michelbauer kommend war das ein bisschen ein Problem und das kann man hier jetzt leichter lösen. Ist auch für die, also wird es mancher sagen, wer kommt von dort, weil dann fahrt man ja eher auf der anderen Seite, das ist schon richtig, aber für die Leute ist es leichter, die aus dem 9. kommen, weil dort, jetzt weiß ich den Namen der Gasse nicht, aber dort gibt es eine Gasse, die vom Anne-Karlsand-Park unten hinauf führt und da gibt es eine eigene Ampel beim AKH über den Gürtel und dann steht man eigentlich an, weil auf der anderen Seite in Währing ist, die AKH-Tunnel-Einfahrt, da kommt man nicht drüber und da kann man eben jetzt da einfach rechts hinunterfahren und dann Richtung Schulgasse einfach weiterfahren. Also es ist besonders für die Leute, die nicht Wernerstraße fahren wollen, sondern da durch dieses Gasselwerk im 9. durchfahren und dann da über den Gürtel drüber. Ja, also wieder ein paar Tipps für Radfahrerinnen, wo man sich bewegen kann und wie man gut durch den 9. und durch den 18. durchkommt. Ich bin immer wieder beeindruckt, was für eine innere Währingkarte du vor dir haben wirst, dass du eine Gasse und Straße nach der anderen ganz genau benennst. Ja, das ist einfach über 50 Jahre im Bezirk unterwegs. Ja, und man merkt, dass du auch selber Rad fährst und genau weißt, um was es geht. Genau, ich schaue mir auch wirklich alle Radlwege immer wieder an, ob ich etwas Besseres finde, aber man muss einfach immer wieder ausprobieren und schauen, was geht und was geht nicht. Und irgendwann, das ist noch lange hin, wird man ja auch bei den U5-Baustellen dann auch in dieser Gegend mehr Schleichwege nutzen müssen, weil auch, wie wir das jetzt im 9. und 8. haben, die U-Bahn-Baustelle einiges blockieren wird. So wird das auch bei uns in 5, 6 Jahren so sein, dass dann auch dort einiges Umleitung sein wird und da wird man diese Gasselwege, diese Schleichwege wahrscheinlich besser kennenlernen, um da durchzukommen. Aber da haben wir noch viel Zeit. Gut, aber Radfahren ist noch nicht aus. Wir haben letztes Mal gebeten, nein, wir haben nicht mehr gebeten, ich glaube, das war schon fertig, diese Gretzlrad-Spenden. Das kann schon sein, dass das damals schon fertig war, ist nämlich relativ schnell gegangen, es wird ein eigenes Gretzlrad kommen, das man sich ausborgen kann und Gretzlrad heißt eben Gretzl-Lastenrad, mit dem man was transportieren kann und das ist schon da, das Lastenrad. Der Ständer ist noch nicht da und der kommt jetzt bald Ecke Rieglergasse-Werngerstraße. Dort wird das Gretzlrad stehen, dann kann man sich bei den Hartlips den Schlüssel ausborgen, wenn man es vorher reserviert hat, über die entsprechende Homepage. Auch das werden wir demnächst verlinken, sobald das alles fertig ist und dann kann man sich ein Lastenrad ausborgen. Wenn man also irgendwas transportieren muss und kein eigenes Lastenrad hat, dann kann man sich das dort ausborgen. Wie toll Lastenräder sind, habe ich ja im letzten Weringer Platz geschildert und das kann man dort lesen. Man kann es auch auf der Homepage lesen bei uns. Hat es auch im Newsletter, in den Wering-Stories lesen können. Ja, also Lastenrad ist super, um einfach mal kurz ein paar Dinge hin und her zu transportieren und das kann man sich dann bald ausborgen. Und dann gibt es eine neue große Veranstaltung in Wering, die macht die Bezirksvorstehung. Damit noch mehr Leute Rad fahren, wird es eine Aktionswoche geben, Wering fährt Rad von 9. bis 14. Mai, wo man einfach Lust kriegen soll, Rad zu fahren. Für alle, die das noch nicht so ausprobiert haben und ein bisschen mehr kennenlernen haben und ein bisschen mehr Tipps haben wollen, gibt es da verschiedene Aktionen. Auch das wird auf der Bezirkshomepage in den nächsten Tagen hoffentlich draufstehen, weil es ist ja schon einen Monat, habe ich festgestellt, 9. Mai ist bald und es wird ein Film sein am 9. Mai am Netbo-Vogelplatz, nämlich mit einem Cycle-Cinema, das ist ein Fahrrad, da tritt man und damit wird der Strom für den Filmprojektor erzeugt. Und man muss ja die ganze Zeit da treten, ich habe das noch nie gesehen und damit der Filmprojektor läuft. Ich finde das super. Es wird spannend, ob die Zuschauer da abwechselnd treten müssen oder ob es jemanden gibt, der da tritt, habe ich keine Ahnung, das werden wir uns anschauen, wie das ist. Es wird am 10. Mai im Ebner-Eschenbach-Park was geben, do it yourself Rad-Reparatur-Workshop, wo man also selber mal ein bisschen was ausprobieren kann. Es wird am 10. Mai einen Informationstag geben, entweder am Gertrudplatz oder bei Schlechtwertem Amtshaus, wo man sich über Förderungen informieren kann, insbesondere auch, habe ich gerade gesagt, Lastenrad, über Lastenrad-Förderungen. Man wird sich auch informieren können über das neue Wien-Mobilrad. Also das kommt ja auch langsam wieder, diese neuen Ständer. Wir sind in Währing da noch nicht gesegnet damit, aber ich hoffe auch, dass das in den nächsten Wochen jetzt wieder die alten Ständer aufgestellt werden und die neuen kommen. Ja, und die diverse andere Tipps gibt es dort. Es wird gratis Bike-Checks geben, es wird einen Kinder-Radspaß-Parcours im Ebner-Eschenbach-Park geben, es wird einen Kinder-Flohmarkt und eine Kinder-Rad-Tausch-Pörse geben. Die wird es in der Schulkasse geben, das ist, glaube ich, am Schulfahrplatz dann dort. Und es wird am 14. Mai, und das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich tippe mal drauf, so wie das da steht, wie ist das ein Samstag? Es geht nämlich um 10 Uhr los im Bereich Schulkasse Kutschka-Gasse. eine große Radaktion noch einmal geben mit Lastenradprobe fahren, es gibt dann Radparcours und Sicherheitstipps, es gibt das Lastenrad zum Ausborgen, es gibt das Wien-Mobilrad zum Ausborgen, es gibt einen Fotomahlwerb-Bewerb und so weiter und es gibt einen Fahrrad-Korso, wo auch immer man dort hinfahren wird, das klingt irgendwie so nach gemeinsam, ja, eine Radtour machen, ein Fahrrad-Korso. Bin ich gespannt, was das wird, 14. Mai, Samstag, hoffentlich schönes Wetter und alle diese Aktionen werden in den nächsten Tagen auf der Homepage stehen, während Wien-GVAT und in den Shownotes schauen und wenn noch nichts oben steht auf der Homepage, dann einfach drei Tage später noch einmal schauen. Ja, wir haben, wie ihr merkt, es gibt viele Dinge, die man auf die Homepage stellen muss und der Bezirk muss das alles machen und ja, es sind auch nur sehr wenige Leute in der Bezirksvorstehung im Büro und die müssen das alles sozusagen übernehmen, aber das wird bald kommen alles und wir hoffen, viele, viele von euch zu treffen und bitte, wenn da jetzt viele sind, ich vor eh schon Rad und mir ist das wurscht und ich kann das schon alles, dann bitte tut es einfach Leute darauf aufmerksam machen, die noch nicht so gerne Rad fahren, die das gerne mal ein bisschen kennenlernen wollen, die mal gerne ihre Kinder was ausprobieren lassen wollen, das ist einfach eine super Gelegenheit, das zu machen. Und außerdem sind ja auch Sachen dabei, die man nutzen kann, wenn man sehr gerne Rad fährt, also ich war mal bei so einem Radkurs dabei, das hat so einen Spaß gemacht, also ich lege es jedem ans Herz, das ist wirklich so lustig, mal die Straße zu nutzen für viele Radfahrerinnen auf einmal und da waren auch Kinder dabei und so, also das ist echt dann einfach total ein verbindendes, schönes Erlebnis eigentlich. Und ich glaube, gerade auch für Eltern, diese Tauschbörse mit den Kinderfahrrädern, da bin ich jetzt selber ganz hellhörig geworden, ja, das ist, ja, eine gute Sache. Ja, und abschließend noch, es gibt natürlich wieder die Grüne Radrettung von uns, von den Grünen in Währing, es gibt drei Termine, die stehen schon auf unserer Homepage, WähringGrüne.at, es gibt am 22. April, es ist ein Freitag, es sind alles drei Freitage, 15 bis 18 Uhr, 22. April am Gastroferplatzl, 6. Mai am Neppung Vogelplatz und 3. Juni am Aumarplatz. Also auch da kann man sein Fahrrad kontrollieren lassen, kleine Reparaturen werden erledigt. Heißer Tipp, eher früher kommen, weil wir machen da eine Liste an Anmeldungen und wenn die voll ist, dann ist es leider aus, weil am 6 Uhr müssen auch die Radreparateurinnen nach Hause fahren und deswegen einfach am Anfang mal möglichst eher schon früher vorbeischauen. Manchmal geht es sich auch aus, dass am Ende noch ein Termin frei ist, je nachdem, wo man ist, aber ja, das ist leider begrenzt, beschränkt von der Anzahl der Möglichkeiten und Räder, die wir da kontrollieren können. Und damit ist ein langes Kapitel jetzt am Fahrrad mal fertig und wir wechseln in die Natur zu den Bäumen und jetzt haben wir die Magdalena gebeten, dass sie uns ein bisschen was erzählt über die Sydney Nature Challenge. Wer von euch schon länger unsere Berger Plattl, unsere Homepage, unseren Podcast verfolgt, wird wissen, wir sind da schon länger aktiv. Thema Atemschutz ist in Währing einfach ein wichtiges, wo wir auch immer dran sind und bei der Sydney Nature Challenge versuchen wir auch schon immer wieder euch zur Mitarbeit zu aktivieren. Das war jetzt mit dieser ganzen Corona-Pandemie ein bisschen schwierig. Jetzt wird es leichter und was das genau ist und was auch wir dafür Angebote haben, erzählt euch jetzt die Magdalena. Hallo, ich bin die Magdalena, ich bin auch Bezirksrätin hier von den Grünen Währing und bin momentan, wenn ich ehrlich bin, in ganz großer Vorfreude gerade auf die nächsten Tage, weil ich endlich wieder Zeit habe, einige Tage einfach nur zu wandern, draußen in der Natur zu sein und mir die vielen kleinen Lebewesen anzuschauen. Das ist etwas, was ich total gerne mache und was mich tatsächlich so ziemlich alles andere im Leben einfach vergessen lässt. Also ein paar, eine halbe Stunde, Stunde oder sogar noch länger Blüten zu fotografieren oder Insekten genauer zu betrachten, den Vögeln zuzuhören, tut tatsächlich der Seele sehr gut. Und weil mir selbst das so viel gibt und weil mich mittlerweile in der Betrachtung vor allem von Insekten, muss ich gestehen, ich wirklich diese totale Vielfalt und Schönheit dieser kleinen Lebewesen sehr faszinierend finde. Deshalb möchte ich euch einladen zu einer kleinen Exkursion Ende April. Und zwar ist von 29. April bis 2. Mai die sogenannte City Nature Challenge. Das ist ein globaler Wettbewerb, ein freundschaftlicher Wettbewerb zwischen Städten und Regionen, wo es darum geht, dass möglichst viele Menschen möglichst viele Beobachtungen von Tieren, Pflanzen, Pilzen, Flechten und so weiter machen und die auch mit anderen teilen. Geteilt wird das Ganze auf der App iNaturalist. Da kann man Fotos und auch Audiodateien hochladen und dann gibt es, und das ist das wirklich, wirklich Tolle daran, dann gibt es Expertinnen und Experten, die sich mit den verschiedenen Artengruppen total gut auskennen und die dann anhand der Fotos die absolute Line, so wie ich, hochladen, die Bestimmungen vornehmen. Das heißt, wenn man hier eine Pflanze nicht erkennt oder gerne wissen möchte, was für ein Käfer das war, den man da gesehen hat, der so schön geglänzt hat, dann kann man die Fotos einfach hochladen und andere Leute sagen einem dann, was es ist. Mir hat das schon total geholfen, also ich habe irgendwie so, dass ich kann zumindest einigermaßen mir einige Pflanzenarten merken, ich kann Insekten zumindest in die größeren Gruppen einteilen und habe schon viel gelernt dadurch, habe auch schon einige interessante Diskussionen zwischen den Expertinnen und Experten verfolgt, weil das ja gar nicht so einfach ist, diese Arten wirklich so genau zu bestimmen. Das ist recht spannend, da dann zuzuschauen. Und eben, das kann man grundsätzlich das ganze Jahr über machen, die auf dieser App iNaturalist die Fotos hochladen. Von 29. April bis 2. Mai aber ist das dann eben Teil dieser City Nature Challenge, wo wirklich gemeinsam ganz viel beobachtet wird. Die App wird auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verwendet, zum Beispiel um rauszufinden, wohin, wo es sich lohnen würde, genauere Beobachtungen anzustellen. Oder um so einen groben Überblick zu bekommen, was wo wie häufig vorkommt. Für diese City Nature Challenge würde ich euch gerne einladen zu einer Exkursion, wie gesagt. Und zwar treffen wir uns am Freitag, den 29. April um 16 Uhr an der Ecke Gensgasse Weimarer Straße. Und von dort spazieren wir dann los und schauen, dass wir einige Arten finden und fotografieren. Und ich werde euch erklären, wie man die App verwendet, was man beachten muss, wenn man sie reinstellt, weil da gibt man dann schon sozusagen eine Kategorie von Tieren und Pflanzen an. Da erkläre ich euch ein bisschen, worauf man achten muss, damit die Expertinnen und Experten das dann auch finden und tatsächlich viel bestimmt wird. Und es gibt auch ein paar Tipps, was man alles fotografieren sollte, damit das Bestimmen dann einfacher wird. Genau, und ich hoffe, es gibt einige unter euch, die Lust haben, die Vielfalt in der Stadt zu entdecken. Es ist ganz erstaunlich, dass freue mich auf euch. Ja, vielen Dank Magdalena. Also auch hier hoffen wir, viele von euch teilnehmen werden, entweder bei unserer Aktion oder auch das einfach selber machen. Man kann ja wie gesagt auch da selber einiges machen, mit dem eigenen Handy beobachten etc. Wir bleiben in der Natur, denn es gibt 17 neue Bäume. Bei 4 davon bin ich schon vorbeigefahren, habe gleich ein Foto gemacht, aber es ist noch attraktiv, weil sie blühen nicht wirklich, es sind nur die Äste, nämlich in der Scheibenbergstraße und wo in der Scheibenbergstraße ganz am Anfang und am Ende gehen wir nach dem wie man es nimmt, inzwischen Timigasse und Herbergstraße. Dort, wo jetzt auch gerade diese ganzen Grabungsarbeiten sind für die neue Wasserleitung, also wo es dann rauf geht zum Friedhof, die Stiege, auf der linken Seite gibt es einen Grünstreifen und in diesem Grünstreifen stehen jetzt vier neue Bäume drinnen, die dort hoffentlich bald dann auch erblühen werden und etwas weiter hinauf, soweit bin ich noch nicht gewesen, in der Navgasse zwischen der Waringstraße und Bastiengasse gibt es auch 13 neue Bäume, auch dort ist die Wasserleitung erneuert worden und das ist gleich zum Anlass genommen worden, dort 13 Bäume zu pflanzen, ich werde dort sicher hinauffahren, weil das ist wie man so schön sagt, eigentlich meine Hut, ich habe da zehn Jahre lang gewohnt als Jugendlicher in der Bastiengasse Navgassenbereich und bin quasi täglich dort vorbeigekommen und bin jetzt gespannt, wie das dann jetzt dort oben mit Bäumen ausschaut, war schon lange nicht mehr oben, das ist einfach so, es ist nicht so am Weg, wo man vorbeifährt, aber es ist eine gute Gelegenheit, sich mal anzuschauen, was sich dort getan hat und die Bäume und auch nebenan zu schauen, das ist für alle, die es nicht wissen, gegenüber von der ukrainischen Botschaft, die derzeit sehr prominent leider ist und wo auch einiges an Plakaten angeblich montiert worden ist und Informationen und auch das werde ich mir anschauen, kleinerseits ich habe zu uns gerne, es dauert jetzt schon sehr lange leider die ganze Geschichte und die Hilfsaktion ist in allem Laufen und ich hoffe ihr habt alle die nötigen Informationen bekommen, die ihr braucht, um aktiv zu werden, die aktiv werden wollen. Und damit kommen wir schon wieder vom Aktiv werden vom einen zum nächsten Aktiv werden, denn es gibt einen Klimapreis Ja, wir haben ja schon zweimal einen Klimapreis in Währing durchgeführt und jetzt ist es wieder soweit, der nächste Klimapreis steht in den Startlöchern, auch hier haben wir dann in den Shownotes wieder auf der Website vom Bezirk, könnt ihr nachschauen, wie genau die Termine sind mit Einreichfristen und so, ich mag ihn jetzt einfach einmal ankündigen, er kommt und zwar gibt es unterschiedliche Kategorien, so wie auch in den letzten Jahren, wer und zu was für Themen man quasi einreichen kann und wir haben ja da so tolle Preisträgerinnen eben auch schon gehabt, ob es die Familie war, die Lebensmittel rettet und dann Bedürftige im Bezirk verteilt oder eine junge Jugendliche, die eben sagt, sie mag selber schauen, dass die Autos nicht immer zu schnell fahren in der 30er-Zone, weil dort eine Schule ist und weil das wirklich gefährlich ist und dass man Menschen darauf aufmerksam machen muss, also Bewusstseinsbildung betrieben hat und wir hoffen, dass wir wieder ganz viele tolle neue Projekte von euch dann bekommen, weil jeder von uns kann was machen, ob in seinem Umfeld, ob mit seinem Betrieb oder Geschäft, alle sind willkommen einzureichen und die Kategorien dieses Mal sind einerseits Ressourcenschonung, da geht es um Projekte zu umweltverträglichen und effizienten Umgang mit Ressourcen eben oder klimafreundliche Mobilität, da haben wir heute eh schon einiges im Podcast dazu gehabt, zum Beispiel Fahrzeugsharing oder einfach Projekte zur Förderung von umweltfreundlichen Unterwegssein im Bezirk, also das ist wichtig, es ist immer der Währingbezug natürlich wichtig, also von Währinger und Währingerinnen Sachen, die eben im Bezirk stattfinden oder gemacht werden oder die man machen will. Und die Kategorie drei ist Umweltschonen und Zusammenhalt fördern, also Projekte für respektvollen Umgang mit Menschen und Umwelt. Wie immer gibt es auch eine Sonderkategorie für Kinder, also das geht von 0 bis 14 Jahren, da können Ideen eingereicht werden für einen klimafreundlichen Bezirk. Jetzt testet dein Technisch, ich erinnere mich nur an eine Wurmbox, die ich einmal einen Preis gewonnen habe, von irgendwelchen Kindern, glaube ich. Die war super. Genau, das hat mich auch beeindruckt, weil das hat man gemerkt, aber was gab es sonst noch für Preisträger, wo du dich erinnerst, für Projekte? Also ganz kurz noch wegen der Wurmbox, das habe ich so wahnsinnig toll gefunden, weil ich habe dann einmal nachtelefoniert, weil ich wissen wollte, was aus den Projekten geworden ist. Und bei der Wurmbox haben sie es echt geschafft, dass da fächerübergreifend zusammengearbeitet worden ist in der Schule, angefangen vom Biologieunterricht, wo man halt darüber gelernt hat, wie das funktioniert über die Würmer per se und was die alles können, bis hin zum Werkunterricht und zum Sachunterricht, also die haben das total toll verbunden und umgesetzt. Welche Schule war das, weißt du es noch? Nein, jetzt hast du aber es klingt doch eine Erfolgsschule, oder? Nein, also das war ein Geschwisterpaar, zwei Brüder, und ich glaube, das war aber neun bis dreizehn oder so, also die zwei, und ich weiß ja nicht, in was für einer Schule du kennst. Wir werden nachschauen und wenn wir es finden, dann werden wir es in den Journals verlinken. Gleich sagen wir noch irgendwo, wo es bei der Homepage steht. Nein, aber es war zum Beispiel eben auch, wir haben heute schon die Lastenfahrräder gehabt für den Bezirk, da war zum Beispiel ein Projekt, das ausgezeichnet wurde, dass auch engagierte Leute von der BOKU das machen wollten, dass man sich bei der BOKU ein Lastenfahrrad ausborgen kann. Was gab ich das mit Essen oder Liebstöckel, oder? Ja, ja, der Liebstöckel hat auch einmal gewonnen, der wollte eine Ressourcen- und klimaschonende Verpackung entwickeln und da hat er aber dann meine Recherche ergeben, dass das leider nicht möglich war. Er hat da einiges rein investiert, um das umsetzen zu können und dann hat sich aber herausgestellt, dass das in diesem Umfang halt einfach doch dann nicht möglich war. Also man darf auch scheitern. Ja, genau. Und das ist immer das Interessante, es gibt ja Preisgelder, das ist ja noch ein großer Anreiz, nämlich im insgesamten Wert von 3000 Euro, die halt aufgeteilt werden nach Projekten und Ideen und die sind dafür da, dass man dann auch die Projekte umsetzen kann. Aber wie gesagt, das ist meistens nur ein Anreiz, aber eben schon ein attraktiver Anreiz. Gut, also alle Informationen demnächst auf der Homepage des Bezirks, verlinkt in den Show Notes und dann hat man ein bisschen Zeit, um auch nachzudenken. Also das ist nicht so, dass man das morgen fertig haben muss, sondern jetzt hat man mal Zeit, was will man machen, auch entweder alleine zu überlegen, mit Freundinnen zu überlegen, die Kinder anzusteßen, wenn da was einfällt und dann im Laufe der nächsten Monate mal einzureichen. Ja, oder sie haben auch schon was, was sie umgesetzt haben, das können sie natürlich auch einreichen. Also es ist immer bis zwei Jahre rundherum quasi um das Projekt möglich. Gut, da sind wir wieder gespannt, was da draus kommt. Ja, sehr. Ja, und wir bewegen uns wieder zurück zum Radfahren. Ja, ich fahre sehr gerne, wenn ihr aus der Stadt kommt, fahre ich nicht nur über die Wernerstraße, ich fahre auch sehr gerne dann über die Altscherstraße da hinaus Richtung Jörgerstraße und derzeit ist die Jörgerstraße einfach sehr spannend, weil dort wird umgebaut. Ja, und wer einfach schauen will, was sich dort tut, dort wird jetzt der Radweg gebaut, sie sind mittendrin in der Baustelle und langsam sieht man schon die Buchten, wo die Bäume kommen werden, die neuen auf der Weringer Seite. Auf der anderen Seite ist noch nichts im 17. Ich bin gespannt, wie es ausgeht, aber es wird sich ausgehen, dass dort für die Autos auch noch Platz ist dazwischen. Ja, also Radweg, Autospur wird gebaut und irgendwann, das soll Mitte Mai, habe ich gehört, fertig werden. Also sind wir gespannt, ob sie es schaffen, dann ist das erste Projekt fertig. Das zweite dauert noch ein bisschen länger. Das ist in der Bötzlandsdorfer Straße, aber auch da und das merke ich jetzt einfach mal an, ich bin so beeindruckt, wie schnell das alles geht. Also ich denke mir, das sind doch riesengroße Baustellen, aber eben auch in der Bötzlandsdorfer Straße, zumindest die eine Seite, wo sie jetzt angefangen haben und auch da, wo eben der Radweg kommen wird, das soll dieses Jahr noch abgeschlossen werden. Da war jetzt der Baustart, der Spatenstich und es wird eben schon total fleißig gebaut, man kommt quasi aufeinander zu, also runter von Bötzlandsdorfer Schlosspark und dann eben bei der Erntgasse rauf, man wird sich wohl in der Mitte treffen. In der Mitte ist jetzt auch schon ein Loch, aber das ist die Wasserleitung noch, also die müssen so rasch sein, dass sie das dann irgendwann zu haben. Also nicht, was sich bewundert, dass es sozusagen ein Drittes gibt, aber bei der Station Scheibenbergstraße, das hat eigentlich nichts mit dem Bändinger zu tun, sondern die müssen dort noch schnell die Wasserleitung erneuern, bevor man den Radweg drüber bauen kann. Das ist das Tolle, dass eben die Synergien genutzt werden, also auch schon mit den Baumpflanzungen in der Scheibenbergstraße und in der Navgasse mit dem Bau von der dritten Hauptwasserleitung Nord. Genauso eben hier werden jetzt Reparaturarbeiten an den Wasserleitungen vorgenommen. Also da kann ich es mir nicht verkneifen, dass das wirklich auch ein kleines Kunststück ist von Bezirkseite, dass da wirklich immer sehr vielfältig zusammengeführt und mitgedacht wird, um eben Zeit und Mehrkosten möglichst gering zu halten. Ja, und ich wohne dort ja in der Nähe und ich sehe die Baustelle mehrmals täglich und ich bin total fasziniert, erstens, wie viele Menschen dort arbeiten, wie schnell die arbeiten, dort wuselt es wie in einem Bienenstock und wie schnell eben der Bauverlauf vonstatten geht. Und leider hat aber ein Baum gefällt werden müssen, was natürlich total schade ist, wenn man sagt, klimafitte Bössensdorfer Straße, wir wollen die Bäume retten, aber in dem Fall sozusagen gut, weil es ist ja die, es ist ständig ein Baum-Sachverständiger auch vor Ort, weil es eben alte, sehr schützenswerte Bäume sind und man da genau schauen muss, wie das Wurzelwerk ist, wie sie verankert sind und dass die halt nicht beschädigt werden und so, damit sie eben dann gut weiter wachsen können in den größeren Baumscheiben, die sie auch zur Verfügung haben oder Grünstreifen. Und bei einem Baum relativ weit unten in der Erntgasse hat man aber festgestellt, dass die gesamten Hauptwurzeln abgestorben waren und der nur immer so kleine Wurzelverästelungen, so Notwurzel nennt man das, entwickelt hatte zur Wasser- und Nährstoffaufnahme, aber die schützen ihn nicht mehr vor Stürmen, dass er dann einfach umfallen würde, was natürlich ein sehr großes Sicherheitsrisiko darstellt und von dem her hat er halt leider gefällt werden müssen, weil er einfach durch und durch mit einem Pilz zersetzt war. Genau, aber es wird natürlich eine Nachpflanzung geben, er wird nicht so groß sein, und man weiß, wie lange das dauert zum Nachwachsen und genau deshalb ist einem ja auch bewusst, wie schützenswert eben die Allee ist und warum diese Baustelle auch schon lange dringend nötig war. Es ist sehr spannend mit diesen ganzen Baumwurzeln, wie das dort gemacht wird. Es gab einen Artikel im Kurier, den ich gelesen habe, der leider hinter der Paywall ist, sonst hätten wir ihn jetzt verlinkt oder wir können ihn verlinken und Kurierleserinnen, die das online können, können ihn dann lesen. Der ist einfach sehr spannend, wirklich auf einer Seite, geschrieben hat, nur hauptsächlich über diese Baumgeschichte, wie das mit den Bäumen da mit den Wurzeln gemacht wird und angeschaut wird und ja, also sehr spannend, damit eben dort möglichst nichts kaputt geht und man die Bäume wirklich gut versorgen kann und ich glaube, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, wir zahlen da über 50.000 Euro nur für den Baumsachverständigen, der da wirklich dabei ist und das ist natürlich auch aufwendig, weil alles dort mit der Hand gegraben werden muss und eben keine Bagger rein dürfen, damit da nichts beschädigt wird. Ja, das war wie so eine Steiße, da haben sie auch unten gegraben und dann hat man von einer Seite zur anderen Seite total die Verästelungen und eben dicke und dünnere Wurzeln gesehen und so, also wirklich, ich empfehle es jedem, auch wenn sie dort nicht wohnen oder vielleicht wollen sie mal eben mit Fahrrad oder zu Fuß den Weg rauf, zum Beispiel sonst da auf der Schlossberg machen oder so, schauen sie sich die Baustelle an, weil es ist wirklich sehr interessant. Ja und man kann doch vieles andere machen aus der Baustelle schauen. Genau, jetzt kommen wir zu den vielen, vielen Veranstaltungen, die wir Ihnen gerne ans Herz legen wollen. Es war ja am 8. März der Internationale Frauentag und wir Grünen in Währing haben da traditionsgemäß wieder einige Veranstaltungen gemacht. Am Kutschka-Markt hat man sich gegen eine Spende malen lassen können von Künstlerinnen von Art 18. Da haben wir dann den Erlöste im Haus Miriam gespendet bei uns im Bezirk, die für Frauen in Not eine Anlaufstelle sind. Sehr viel zusammengekommen, vielen herzlichen Dank auch. Wir haben Brot und Rosen verteilt in Anlehnung an Brot für die harte Arbeit und Rosen fürs gute Leben an die Streiks und Kämpfe von Frauen. Schon vor über 100 Jahren hat das begonnen für gerechte Löhne eben und und und. Auch einen Frauenspaziergang haben wir gemacht mit der Petra Unger, die eine Koryphäe ist auf ihrem Gebiet. Sie ist Historikerin, sie ist Feministin, sie macht historische Frauenspaziergänge und das ist ein Spaziergang, der heißt über den Gürtel, der beginnt in Währing und man geht dann bis in den 9. Bezirk und sie erzählt anhand von Gebäuden, anhand von Frauenbiografien sehr viel ja, eben eigentlich historische Frauenbiografien, wo aber ganz viele gesellschaftliche Themen anhand dessen halt bearbeitet werden und es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Wir hatten so einen großen Andrang, es waren 50 Personen dabei, ich musste dann einen Aufnahmestopp machen und wir haben gesagt, das ist so schade, wenn wirklich das Interesse so groß ist, wir wollen gern nochmal einen anbieten und daher werden wir am 24.04. wieder von 14.00 bis 16.30 erneut den gleichen Frauenspaziergang mit der Petra Unger anbieten und man kann sich bitte unbedingt verbindlich, weil eben begrenzte Teilnehmerinnenzahl bei mir per Mail anmelden. Das ist raffaela mit ph geschrieben .feit at groene.at Wir werden auch den Flyer in den Shownotes noch einmal verlinken. Die Homepage, also wir haben es auf der Homepage stehen, die Veranstaltung und diese Seite werden wir verlinken. Sehr gut, so machen wir das und wenn ihr euch jetzt denkt, okay, ja, Corona ist halt doch noch nicht ganz vorbei und eigentlich sind so 50 Personen ja dann doch sehr viel insgesamt. Wir haben extra auch Headshots, damit man gut Abstand zueinander halten kann, aber alles hört, was die Frau Unger an interessanten Sachen da erzählt. Ich freue mich auf eure Anmeldung. So Marcel, du bist dran mit noch viel anderen tollen Sachen. Mit noch viel anderen tollen Sachen, ja, Filmvorführungen gibt es auch. Da gab es ja auch einen im Rahmen des Frauentages im Café Schmidhansl und es gibt wieder eine am 3. Mai, nämlich mit dem Film Rettet das Dorf. Da geht es also, ja, also einfach um solche Geschichten, wie man das am Land, was man da gescheit machen kann. ein toller Film, der auch schon oft gezeigt worden ist. Wir empfehlen ihn euch anzuschauen und auch wieder hier im Café Schmidhansl, wir verlinken das, bitte, man muss sich anmelden dafür, in Zeiten wie diesen leider müssen wir da noch schauen, dass das alles korrekt abläuft und die Teilnehmerinnen zahlen eingehalten werden, etc. Alles andere findet ihr auf der Homepage die Ankündigung für diesen Film. Dann weisen wir euch nochmal auf die Ausstellung Schnitzel im Gemeindebau hin, im Bezirksamt Martin Straße 100. Die ist jetzt verlängert bis 31. August, also ist wirklich sehenswert und es gibt noch drei Tage, nämlich den 20. April, den 18. Mai und den 15. Juni, an dem es Abendveranstaltungen gibt, wo es nochmal spezielle Vorträge gibt über Familien oder über Firmen, die da in Währing, im jüdischen Währing damals es gegeben hat und auch da die Informationen dazu auf der Homepage vom Bezirk wird natürlich verlinkt in den Show Notes, sehr spannend, sehr interessant zu hören, also kann man nur sehr empfehlen und was wir natürlich auch immer wieder empfehlen, das kommt ein bisschen zu kurz, weil es einfach schon so ein Dauerbrenner ist, ist der jüdische Friedhof Währing, die Führungen, wer noch keine gemacht hat, ja, zu empfehlen dort, eine zu machen, jeden Monat gibt es eine Führung und es gibt auch jeden Monat freiwilligen Tage, es gibt zwar in der Zwischenzeit einiges an finanzielle Unterstützung vom Staat, damit man dort sanieren kann, aber das reicht leider bei weitem nicht aus und deswegen brauchen wir noch immer Freiwillige, die das unterstützen und die in diesem relativ großen Gebiet vom Friedhof dort einfach wieder Sträucher schneiden und Dinge beseitigen und ja, also einfach diese Gräber ein bisschen freilegen, damit das mittelfristig dann wieder ein attraktiver Friedhof wird und ja, das wieder eine tolle Geschichte wird. Es wird noch dauern, bis es fertig ist, aber man sieht langsam so, wie nie man alles zuwächst, das war früher immer ein bisschen frustrierend, aber vor jährlichen Tagen hat man was gemacht und dann ist man drei Monate später kommen, es war alles zugewachsen. Das ist jetzt nicht mehr so, das ist schon wesentlich besser. Und ganz kurz, das hat mich halt auch so fasziniert, weil ich habe es jetzt eigentlich auch geschafft, in die Ausstellung zu gehen, Schnitzel im Gemeindebau und war vor langer Zeit schon am Währinger jüdischen Friedhof bei einer Führung dabei und es ist wirklich total gut ergänzend, also es sei ich beides ans Herz gelegt, man hat dann so den Erkenntnisgewinn dann in der Ausstellung, wenn halt auch auf den Friedhof referiert wird. Ja und am Schluss noch etwas ganz Neues, das haben glaube ich noch nicht viele mitgekriegt, es gibt nämlich ein neues Kunst- und Kulturzentrum in Währing in der Semmelweis-Klinik, leider nicht fix, sondern wie man schon sagt Zwischennutzung, also das Wirtschaftsgebäude, das an der Hockeygasse ist, da wissen sie noch nicht die Bundesrepublik und Bildunggesellschaft genau, was man dort machen wird und wo werden sie das mal entwickeln und sich das überlegen, haben sie sich gedacht, man kann diese leeren Räume ja auch bespielen lassen und es gab eine Ausschreibung, glaube ich, auf die wir auch mal hingewiesen haben und der Verein Temporer, der hat das gewonnen, diese Ausschreibung und wird diese Räume jetzt bespielen oder bespielt sie jetzt schon, denn es hat schon angefangen, es gab schon das erste Stück, bitte treten Sie hinunter, das zwei Stunden lang, wie ich gelesen habe, weil selber war ich leider nicht dort vom Dach bis in die EDV und Hauswirtschaftsräume unten geführt hat, wo man so in Gruppen unterwegs war, bei diesem Stück zwei Stunden lang stehen zu Fuß, ja, eine sehr spannende Geschichte, ein tolles Ensemble anscheinend dort, kann man sehr empfehlen, wir werden die Homepage natürlich verlinken vom Verein Temporer und ich habe schon gesehen, ich glaube, die brauchen auch noch ein bisschen Geld dafür, das werden wir dann sehen, ich habe bei ihm Gretzler.at gelesen, dass die da jetzt Dinge machen werden, steht auch dort, wir wollen ein interaktives Kunst- und Kulturzentrum gestalten mit leistbarem Raum für freie experimentelle und co-kreative Arbeit, Produktion und Präsentation und dazu gehört die Adaptierung der ehemaligen Waschküche zum coolsten barrierefreien Veranstaltungsraum in Wien. Also schauen wir mal, was das wird. Es klingt cool und wir werden euch da weiter begleiten, vielleicht schaffe ich es sogar mal, dort mit den neuen Kolleginnen ein kleines Interview für den Podcast zu führen, damit wir uns anhören können, was die dort genau vorhaben. In der Zwischenzeit gibt es dort Kulturveranstaltungen, die jetzt aktuelle endet am 16. April, je nachdem, wie schnell wir jetzt mit dem Podcast sind, glaube ich, werden da noch mal ein, zwei Tage bleiben, bis das sozusagen, dann ist es schon vorbei und wer es den Podcast ein bisschen später hört, sowieso. Ja, aber es kommen sicher neue Dinge, weil die fangen gerade an und die Zwischennutzung, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, ist auf zwei Jahre. Das heißt, sie haben jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr gekriegt, um die Räume herzurichten, mal zu beginnen und dann haben sie jetzt zwei Jahre lang, um sie zu bespielen. Das heißt, wir haben dann 22, 23, 24, also bis Mitte, Ende 24, werden sie das mal bespielen können und da warten wir schon auf tolle Sachen in Währing, also tolle Neukulturgeschichten, sehr spannend. Ja, und bevor wir da jetzt ganz fertig sind, noch einen Hinweis. Ihr habt es gemerkt, die Rafi war unsicher bei der Homepage, was steht da jetzt oben, was nicht, warum? Wir haben nämlich eine neue Homepage, also die Wiener Grünen und alle Bezirke haben ihr Homepage-System erneuert und deswegen ist jetzt alles neu und man muss da alles händisch rüberschaufeln, aber wir haben es geschafft, wir haben alle wichtigen Dinge drüben auf der neuen Homepage weiterhin erreichbar unter Währingrünen.at und es stehen auch schon alle Veranstaltungen, die wir jetzt im Frühjahr haben, drauf. Das heißt, wenn ihr dort nachschaut, seht ihr auf einen Blick die Veranstaltung von den Grünen. Wichtig immer ist, wir haben ja hier auch einiges vorgestellt, was vom Bezirk ist, das seht ihr dann auf der Bezirk-Homepage, unsere Sachen auf der grünen Homepage. Es gibt dort auch die Währing-Stories, das sind diese Newsletter, die wir schreiben und da gibt es die Texte dazu auch auf der Homepage zum Nachlesen und noch ein paar andere aktuelle Dinge, die wir, wo wir euch das Wichtigste aber eh schon hier erzählt haben. Das heißt, ihr braucht es nicht mehr nachlesen und bei den Newsletter, bei den Währing-Stories, wo wir auch immer noch viele andere Dinge erzählen, da empfehlen wir euch, die zu abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Kann man auch über die Homepage machen und eventuell auch alte Nachlesen. Ja, also dort auch alle diese Informationen, damit man am Laufenden ist, also neben dem Podcast ist wahrscheinlich der Newsletter das zweite wichtige Instrument, wo man einfach mitkriegt, was sich tut und nochmal aktuell zwischen den Podcasts auch, dann werden wir natürlich berichten, wenn es im Omanplatz weitergeht, wird im Newsletter stehen, was da drinnen ist, etc., etc. Auch zur Sydney Nature Challenge haben wir schon Newsletter vorbereitet, wo dann mehr auch inhaltlich sein wird, als die Magdalena euch jetzt erzählt hat. Und ja, und so weiter. Und damit ihr die Zeit auch bis zum nächsten Podcast gut überbrücken könnt, wissen wir noch nicht, wann der ist. Vielleicht schaffen wir es noch vor dem Sommer. Schauen wir mal, was sich tut. Ich bin sehr dafür, weil wir uns sehen, was für eine Fülle an Sachen sich im Bezirk tun und unser Tempo wird sich, glaube ich, nicht verringern. Also wir halten euch auf jeden Fall am Laufenden. Ihr hört es von uns. Genau, also es kommt darauf an, eben liegt leider an unserer Zeit, aber eben ich habe schon den Plan, diesen Verein Tempo war da zu interviewen. Das wäre ja auch mal aus dem nächsten Podcast. Ich hoffe, ich komme dazu, dass wir da mal schauen, was sich da tut, um ein bisschen auch wieder andere Dinge da hineinzubringen. Genau, und bevor wir jetzt in die Teambesprechung abgleiten, wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr zugehört habt und gesund bleiben und schönen Frühling. Ja, vielen Dank, bis demnächst. Ciao. Bye.